Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einem neuen Video. Ich bin Ewa und ich habe es in meinen letzten Videos von der Leipziger Buchmesse 2018 bereits angekündigt. Es sind ein paar Neuzugänge bei mir eingezogen. Dieser ganze Stapel ist neu in meinem Regal. Alles aus dem März. Und ich habe es gerade bereits erwähnt. Der Großteil davon kommt von der Leipziger Buchmesse. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen gegönnt. Aber das erste Buch kommt nicht von der Leipziger Buchmesse. Und damit wollen wir gleich mal beginnen. Und zwar habe ich ein Buch seit einer Ewigkeit mal wieder vorbestellt. Wer von euch kennt Adriana Popescu? Wer von euch hat schon etwas von ihr gelesen? Und wer von euch findet, dass ihre Bücher super sind? Ja, viele von euch mögen da in dieses Schema reinfallen. Ich muss ehrlich gestehen, ich liebe Adriana als Person. Ich habe allerdings noch nie ein Buch von ihr gelesen. Bis zu diesem Zeitpunkt wohlgemerkt. Denn ich habe mir meinen Sommer auf dem Mond vorbestellt. Es ist direkt am Erscheinungstag bei mir eingezogen. Am Anfang März. Schöne Grüße vom Mond. Habe ich bereits vorher als Kurzgeschichte auf dem E-Book gelesen. Auf dem Handy gelesen als E-Book. So rum. Ich wese so selten E-Books, dass ich es gar nicht aussprechen kann. Und daraufhin habe ich mir ihren neuen Roman direkt mal vorbestellt. Und mir ist mittlerweile schon von einigen Seiten gesagt worden, lies ihn unbedingt ganz, 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 ganz schnell. Ja, deswegen kann es tatsächlich sein, dass ich dieses Buch zum Zeitpunkt des Erscheinens von diesem Neuzugängen-Video bereits beendet habe. Also haltet die Augen offen. Eventuell kommt demnächst eine Rezension dazu. Cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprüche-Klopferin. Alles nur Fassade. Und die müssen Fritzi, Bastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensverändernden Sommer lang werden die vier vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttet. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Und ich glaube, dass dieses Buch gerade, wenn man eventuell selbst so ein paar Verknüpfungen in diese Richtung hat, wie es bei mir nun mal auch der Fall ist, dann kann das nochmal ganz, ganz, ganz was Besonderes werden. Ich habe übrigens bereits die ersten Seiten gelesen gestern Abend, also in meinem Fall gestern Abend. Die ersten Seiten. Es liest sich super gut bisher und ich werde heute Abend direkt weiterlesen. Also wie gesagt, haltet die Augen nach einer Rezension offen. Das war Buch 1. Weiter geht es mit meinem Messe-Haul. Es ist jetzt schon zwei Wochen her, dass ich auf der Buchmesse war, aber ich habe euch meine Bücher noch nicht vorgestellt. Und es kommt, vier Bücher sind neu nach der Leipziger Buchmesse bei mir eingezogen. Als aller, aller, allererstes möchte ich euch ein Buch zeigen, das, naja, mein kleiner Schatz von der Buchmesse ist. Sagen wir es so. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über dieses Buch gefreut und es war tatsächlich eine Spontanentscheidung. Also, wobei, das waren die anderen auch. Ich zeige es euch einfach. Und zwar ist die Rede von diesem Fantasy-Buch Götter von Asgard von Liza Grimm. Es ist tatsächlich sehr, sehr dünn eigentlich. Ich hatte es vorher immer etwas dicker mir vorgestellt. Als ich es dann im Regal gesehen habe, blätterte ich da gerade so drin rum und auf einmal stand die Autorin neben mir. Mensch, Jenny, du hast mich zum Kauf gezwungen. Denn, wenn die Autorin schon neben einem steht, dann darf ja auch eine Signierung nicht fehlen. Und nachdem dieses Buch für mich signiert worden ist, für Katharina mit den coolen Haaren, habe ich das Buch dann gekauft. Buntes Licht tanzte über die mächtigen Burgen und ließ ihre edelsteinverzierten Fassaden erstrahlen. Loki deutete grinsend nach oben. Galaxien, unzählige. Sie schienen zum Greifen nah. Es gibt eine uralte Prophezeiung über den Untergang Asgards. Natürlich glaubt die Studentin Rey kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kara, die behauptet, sie vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen. Stattdessen ergreicht sie die Flucht vor ihrer neuen Freundin und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Rey ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter über jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen, in die Geschehnisse einmischt, muss Rey erkennen, dass die Legenden über Asgards Götter und Riesen sehr real sind und dass sie Rey auf die Reise ihres Lebens führen werden. Ich habe bereits am Messestand schon einmal in dieses Buch reingelesen und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was diese, ja, 300 Seiten für mich bereithalten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, es zu lesen. Also, die nächsten Käufe sind tatsächlich eher untypisch für mich, denn eigentlich lese ich kein Sci-Fi. Also weiß ich nicht, was die nächsten drei Bücher bei mir sollen. Gut, dazu muss ich sagen, der erste Kauf, der es, ähm, nun ja, in meinem Warenkorb geschafft hat, ähm, ist von einem Autor, den ich bereits gelesen habe. Und zwar ist die Sprache von Andy Rear mit Artemis. Ähm, und hier unten steht es auch schon drauf, vom Autor des Weltbestsellers, der Marsianer. Ähm, hier ist noch so ein wundervoller Aufkleber drauf. Ich hasse übrigens Aufkleber auf Bücher, ne? Die kann man immer nicht so abkratzen, die müssen da drauf leiten, wenn man sonst das Buch kaputt macht. Ich mag das gar nicht. Ähm, nee, und der Marsianer war eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es, ich glaube, es ist schon fast zwei Jahre her, ich habe es verschlungen und geliebt. Und ich liebe dieses Buch noch heute und ich gucke auch unheimlich gerne diesen Film dazu noch, weil ich diesen Humor einfach so klasse finde. Deswegen konnte ich tatsächlich, ähm, von diesem Autor einfach nicht vorbeigehen, ähm, weil ich die Hoffnung habe, dass dieses Buch genauso humorvoll geschrieben ist wie der Marsianer. Mehr möchte ich zum Inhalt noch gar nicht verraten, weil ich selbst die Inhaltsengave auch gar nicht lesen möchte. Ähm, ich will mich hier relativ überraschen, einfach weil ich die Vorgeschichte ja, also die Vorgeschichte, weil ich seine Art schon kenne und, ähm, naja, der Marsianer war ja auch, ja, einfach ein genial gutes Buch. Und, äh, ich freue mich schon sehr auf ein weiteres Buch von ihm und, ja, Sci-Fi halt. Wobei ich befürchte, dass die nächsten beiden Bücher noch wesentlich mehr Sci-Fi beinhalten als, ähm, das Buch, was ihr gerade gesehen habt. Weiter geht es nämlich mit Ernest Klein, Armada, nur du kannst die Erde retten. Ähm, ich finde das Cover so schön. Es hat ein so schönes Cover. Es ist einfach, ihr seht das gar nicht, weil es glänzt, ne? Ähm, es ist einfach, ich liebe es, es ist, es ist wunderschön. Also ich bin ein Mensch, der auf schwarz steht und, ähm, es glitzert und glänzt und leuchtet. Ja. Ich muss gestehen, da wird tatsächlich die Gamerin in mir angesprochen, äh, auch wenn ich momentan nicht so viel Zeit dafür finde, bin ich ein großer Fan von Videospielen. Und, ähm, Buch plus Game, da werde ich tatsächlich so ein bisschen angetickert und, ähm, im positiven Sinne. Außerdem steht hier hinten noch drauf ein Kommentar von Andy Weir, meisterhaft. Oh, und von George R. R. Martin, äußerst unterhaltsam. Und ich denke, ähm, das, das, ja, also das könnte was passen. Also es könnte was werden, es könnte passen. Ähm, ich möchte es ganz gerne versuchen mit diesem Buch. Ähm, es ist auch wunderschön geschrieben. Also es hat echt... Oh, so ein Lesenzeichen drinne. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diesen, diesen Buchtitel und, ähm, ja, mal schauen, wie es so wird. Ja, also was ich mir bei dem nächsten Buch gedacht habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, es hat sogar noch am meisten Sci-Fi von allen gerade. Es ist das letzte Buch, das ich übrigens neu gekauft habe. Also, es wird jetzt spannend. Ähm, das Cover hat mich tatsächlich als erstes angesprochen. Und zwar ist die Rede von Red Rising von Piers Brown. Das ist so ein schöner Feuerflügel. Seht ihr das? So ein schöner Feuerflügel. Ich mag Feuerflügel. Es ist eigentlich ein wunderschönes Buch. Es ist extrem dick. Also es hat fast 600 Seiten. Ähm, da habe ich tatsächlich etwas Angst vor. Ähm, vor dicken Büchern hüte ich mich in letzter Zeit ja etwas. Aber mal schauen. In einer Welt, die dich belügt, musst du selbst zum Lügner werden. Traurig, aber wahr. Daraus Welt ist brutal und dunkel. Wie alle Roten schuftet er in den Minen des Mars, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Doch dann wird seine große Liebe getötet und Dara erfährt ein schreckliches Geheimnis. Der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadentem Luxus. Dara schleust sich in ihr sagenumwogenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Er will einer von ihnen werden, um sie dann vernichten zu schlagen. Die Story, finde ich schon, die klingt sehr, sehr spannend. Also, schon allein dieses In einer Welt, die dich belügt, musst du selbst zum Lügner werden. Es ist so... Ha, das triggert mich. Es triggert mich tatsächlich echt an. Und, ähm... Ja, außerdem, außerdem, jetzt müsst ihr kurz zuhören, der New York Times Bestseller für alle Fans von Der Marsianer und die Tribute von Panem. Mau! Ich suche schon tatsächlich seit langer Zeit nach etwas, was mir so sehr gefällt, wie Tribute von Panem, beziehungsweise mich so fesseln kann. Ich habe tatsächlich mittlerweile einige Kandidaten im Regal stehen, allerdings alle irgendwie noch ungelesen. Und, äh... Naja, er wird sich jetzt dazu reilen. Ähm, und der Marsianer. Der Marsianer ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, einer meiner Lieblingstitel. Deswegen, ähm... Konnte ich an diesem Buch einfach nicht vorbeigehen. Das waren jetzt aber auch schon meine fünf Neuzugänge aus dem März. Ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, dass es so relativ viele sind, wenn man sich jetzt mal die anderen beiden Monate anguckt, wo eben so wenig bei mir eingetroffen ist. Ja, äh... Jetzt muss ich mal zuschauen, dass ich mit dem Lesen langsam hinterherkomme, denn irgendwie, äh, wird mein Sub immer größer, während ich gar nicht mehr weiter runterlese. Außerdem zweite kurze Anmerkung zu meiner Technik. Ich bin irgendwie heller als sonst. Ich muss gestehen, dass ich schon, ähm, also, um nicht zu sagen überbelichtet, äh, wenigstens nicht unterbelichtet, äh, nein. Ich muss sagen, dass ich schon länger ja nicht mehr in diesem Setting hier gefilmt habe und irgendwie, ähm, habe ich die Einstellung gerade nicht korrekt vorgenommen. Ähm, es tut mir leid, dass ich etwas überbelichtet bin in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, in dem ich hoffentlich alle Einstellungen wieder richtig habe. Bis dahin!